Hallo, ich bin der Eichhan. Ich bin in Stuttgart eigentlich ganz alt gesessener Gastronom und wir haben hier 2021, Oktober war das, haben wir das Sensei eröffnet. Wir haben eine Bauzeit vor circa zwei Jahren gehabt. Wir haben hier versucht mit unseren Architekten natürlich eine Harmonie herzuschaffen, Ambiente, Küche, Service. Wenn die Leute hier reinlaufen, wollten wir einfach das erste Erscheinungsbild von den Gästen sagen, wow. Natürlich wollten wir, dass die Gäste nicht nur dieses Wow, sondern auch von der Küche überzeugt sind. Das war für uns ganz wichtig. Wir haben hier natürlich einen riesen Ansturm, weil wir ein Kinoobjekt sind. Teilweise besetzen wir hier dieses Restaurant zweimal um und da muss natürlich das gesamte Paket passen. Wir haben hier Ansprüche gehabt mit Technik, mit unserem Kassensystem. Da bin ich auf BW Gastro zugekommen damals schon und habe meine Anforderungen einfach mal dem Herrn Lee nahegelegt. Und das musste natürlich sein, damit wir diesen Mehrwert an Umsatz und zufriedene Gäste herstellen können. Und wir sind hier in diesem Restaurant, sag ich mal, seit der Eröffnung eigentlich rundum mit allem, was wir hier gemacht haben, zufrieden. Es ist kein Selbstlob, aber einfach nur, weil einfach die Technik, was dahinter steckt, man musste mit der Zeit gehen. Wir mussten uns neu orientieren und da wurden wir eigentlich von BW Gastro auch hundertprozentig voll betreut. Mein Name ist Seifert Lee, sind die Firma BW Gastro Kassensysteme und betreuen die Gastronomie mit Ordement Kassen. Wir befinden sich hier ja im Sensi. Wir haben hier ein relativ größeres Restaurant mit ungefähr 200 Sitzplätzen verteilt auf drei Stockwerken. Deswegen war es den Besitzen sehr wichtig, dass wir hier mit mobile Endgeräten arbeiten. Wir mussten nicht lange überlegen und haben sich für den Ordement 9 entschieden. Der Ordement 9 als Marktführer ist ein sehr robustes, langlebiges und vor allem ein sehr schnelles Arbeitsgerät. Für die Kommunikation zwischen Kasse und Ordement benutzen wir den Cambium Access Point. Der Cambium Access Point lässt sich ganz einfach in das Netzwerk einbinden. Er verlängert und erweitert hier das WLAN-Netzwerk, so damit der Nutzer eben lange Laufwege auf sich nehmen kann, um die Bestellung der Gäste aufzunehmen. Da wir ja täglich unterwegs sind, um Installationen zu machen, ist es für uns technisch sehr wichtig, dass wir die Geräte eben ganz einfach und schnell einbinden können und umsetzen können. Und darum ist auch der Bezüglich auf den Cambium Access Point ist für uns eigentlich wie Plug and Play. Wir stecken das Gerät an und es funktioniert und es ist für uns sehr maßgebend wichtig, weil es ja Zeitersparnis ist. Falls es eine Störung geben sollte, können wir von der Ferne aus schon in dem Cambium zugreifen und sehen schon wo es Schwankungen geben sollte und wo man dann eben gezielter noch eingreifen können und eben das von der Ferne aus schon steuern können. Mein Name ist Max Warta, ich bin bereits seit 2011 bei der Firma Ordement tätig. Hier in Sensei haben wir unsere neueste Handheld-Generation im Einsatz, den Ordement 9, gemeinsam mit einem Cambium Access Point. Für uns war es immer sehr wichtig, ein Produkt auf dem Markt zu haben, was leicht zu installieren ist, leicht wartbar ist und auch leicht zu verstehen ist und somit haben wir mit Cambium Networks den perfekten Partner gefunden. Mein Name ist Tabith von Köhlichen und ich bin die regionale Vertriebsleiterin bei Cambium Networks, zuständig für die DACH-Region. Cambium ist ein Hersteller von drahtlosen Lösungen und wir arbeiten seit eineinhalb Jahren mittlerweile mit Ordement sehr eng zusammen. Wir haben zusammen eine schöne Lösung für die Gastronomie entwickelt, basierend auf Ordement 9 Wi-Fi fähige Handgeräte und Cambium Access Points and Switches. Für uns war es immer die Prämisse, ein einfacher leicht zu installierendes Produkt zu haben, da wir es auch schon mit unseren Vorgängeprodukten so hatten und Cambium hat hier die optimale Lösung angeboten. Wir haben mittlerweile sehr viele zufriedene Kunden und freuen uns, dass das Restaurant Sensei und das Netzwerkpartner BW Gastro auch mittlerweile dazugehören. Cambium Networks ist genauso in Details verliebt wie wir es sind und somit sind wir sehr froh, einen perfekten Partner an unserer Seite zu hören. Die Kassensysteme, die wir hier haben, sind für uns und auch für das Personal sehr gut zum Bedienen. Wir im Background können da jederzeit reagieren und daher alles richtig gemacht.